Ja Kevin, wie ist es dazu gekommen? Ihr habt natürlich gefeiert, Alkohol im Spiel, viel getrunken und dann warst du auf mit einem unterschriebenen Vertrag bei Borussia Dortmund. Wie geht man damit um? Ja, ich bin einfach feiern gegangen und war am falschen Ort und es ist passiert. Ich habe mich wie gesagt gestellt und bin ich aus der Hintertür rausgegangen und es war eine schwierige Zeit für meine Familie auch und ja und ich habe mich ja da schon entschuldigt und ja sowas macht man auch einfach mit und muss man rauskommen und das hat einfach noch meine Familie noch mehr gestärkt und meinen Freunden und das war wichtig. Ja, wow. Es heißt ja, du sollst den Verein, der ja dann auch darum gebeten haben, dich von den Pflichten zu entbinden. Ist da denn nichts großartig passiert? Ich habe auf ein Schreiben gewartet, das leider nicht gekommen ist. Immer wieder eine Mail geschickt, nichts kam und dann machen sie mir einfach so einen Vorwurf, was leider schlecht, dass ich da schlecht stehe und finde ich nicht okay. Aber für mich ist das Thema abgehakt. Ich blicke nach vorne und wenn er so Äußerungen macht. Ja, Kevin. Großkreuz, Breitkreuz. Vielen Dank und ja, weiterhin alles Gute.